Hallo und damit herzlich Willkommen hier zurück zu Creativerse, huch! Hi! Oh, zwei Seeschellen, also diese Muscheln von einer Babygrabe, cool. Die hatte ich gerade noch gekillt in der vorigen Folge. Oh, wir haben schon Angst. Ich dachte schon, wir hätten es wieder morgens. Ja, ein bisschen... Na, sieben ist es ja. Es ist noch so hell irgendwie gerade bei mir hier, aber es liegt vielleicht... Ja, deswegen, ich dachte, es wäre gerade morgens gewesen. Ja. Ich habe irgendeinen Scheiß schon wieder. Geh mal kurz hier rein und guck, was die Tiere so treiben. Boah, du blinkst schon wieder, na gut. Ich wollte jetzt noch das Hühnchen da hinten töten. So. Eigentlich will ich gar nicht umdrehen, aber mein Inventar ist so voll. Ah. Genau, die Hühnchen machen, geben, glaub auf Gott. Ja, und dieses Rattentier hier auch. Rattentier? Achso, das mit dem Schwanz da? Genau. Ah. So, hier ist noch ein bisschen Babykrabbe und noch so ein Hühnchen. Was ist mit euch? Alles soweit okay? Sonst noch Wünsche oder Fragen? Ach, du hast Hunger? Natürlich. Du magst also Brot und eine Suppe eigentlich, aber ich kann dir jetzt nur ein Sandwich gerade anbieten. Ich hoffe, das reicht. Weil Brot und Suppe habe ich gerade auch sortiert. So, und aus dem Obenwinkel? Ach nee, ist dann nur, dass du das entfressen willst. Boah, da sind so viele Muscheln rum, cool. Drei Stück. Ah. Könnte man eigentlich auch zur Dekoration nehmen, wenn man das einfach wieder hinlegt. Hehehe. Da hängt ganz nett aus. So. Hier habe ich gefüttert. Oh, da ist noch eine Babykrabbe. Jetzt gehe ich mal ins Haus. Dafür, dass ich die Babykrabben so niedlich finde, töte ich die gerade ganz schön oft. Ja, wir brauchen ja leider die Muscheln. Gerade hier am Muschelfarm. Mit Erfolg. Meine Rüstung geht auch langsam dem Ende zu. Jetzt schon neun Stück. Meine Rüstung ist auch bald kaputt. Meine schöne Rüstung. Ja, wir haben noch ein paar Reste im Inventar irgendwo. Oh, da ist... ach. Moment, ich müsste doch... Ja, ich habe noch die alte Lederdinger. Die habe ich noch im Inventar. Vielleicht brauche ich die dann auch einfach erst auf. Bleib stehen. Will ich töten. Ah, ich habe mir... Sind sie gerade im Pool? Ja, ich muss mich ein bisschen aufladen. Bleib stehen. Dabei werde ich jetzt mal einen Schluck drehen. Okay. Ah, ich muss mich beeilen. Ja, mein Inventar ist ja voll scheiße. Ja, und es wird immer später. Aber ich will das mitnehmen. Das muss ich jetzt noch mitnehmen. Das heißt, ich schmeiße jetzt irgendeinen Scheiß hier weg. Hier, Ruddy Canyonstone. Weg damit. Brauche ich jetzt nicht. Nein, das ist doch der Wichtigste. Gar nicht. Hier Sand. Nee, Knochen. Knochen haben wir 100.000. Das ist... Ja, da haben wir mindestens zwei 99er. Packen. Ja, jetzt liegt... Ja, leg dich doch hier genau neben meine... Neben meinen Beutel. Ist das einer. Oh. Oh. Oh, ein Babykrabat auch, Oma. Hihihihihi. Ach, die mag... Die mag Kohlköpfe. Dann hole ich jetzt mal schnell extra einen Kohlkopf. So, und ich muss jetzt dringend zurück. Salat ist es. Mein Gott. Ich brauche mich immer auf Kohl. Ich hasse Kohl. Oh, echt nicht. Furchtbar lecker. Ich bin auch kein so ein Salat-Fan, muss ich aber auch ehrlich sagen. Aber dann lieber Salat als Kohl, weil das... Oh, das riecht immer so ekelhaft. Oh, ich liebe Kohlsuppe. Oh. 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 Seilgeil. Oh. Oh. Oder Kohlrouladen. Oh, lecker. Ich krieg Hunger. Mmh. Du bist doch schon die ganze Zeit am Essen. Ja. Ach. Aber irgendwie ne... Ja, ich esse ja nur Brot. Das ist voll langweilig. Ne Stulle. Ah. Irgendwie macht das nicht satt, weil ich nur Toastbrot esse. Ich muss jetzt eine Weile chillen, weil ich fast tot wäre. Sonst. Mhm. Also sitzt du oben auch in der Wanne. Ja. Und dann werde ich nachher mal die Muscheln... Ich werde die Muscheln auch zu unserer Kiste packen, wo... wo wir hier die Essenssachen haben. Ja, ich habe noch eine in der Tasche, die ich mir aus einer anderen Kiste geklaut habe, weil ich eigentlich... Na, neun Stück habe ich. Ja, das jetzt abends wird... Ich lege mich schon mal hin. Komm gleich nach. Ich muss noch ein bisschen... Ja. ...ein bisschen mehr Lebensenergie haben. Dann lege ich mich hier auch mal gerade so zurück. Ach, sehr schön. Wenn man die ganze Zeit so sitzt oder so mehr so davor hängt... Ach, tut das mal gut. Mhm. Es ist auch mal hier wie ein Fragezeichen. Ach, blimm. Das ist so von der Seite jetzt immer auch so wie Mr. Burns, so hehehe. Das ist so krumm Wuckel dann hier. Ja. So, das reicht. Huch. Man braucht nicht das ganze heiße Wasser. Nee, ich versuche gerade schon... Hä? Ich habe jetzt nicht auf springen gedrückt. Ich bin aber irgendwie von der Leiter geflogen. Ich und die Leiter da. Ja. So. Gute Nacht. Ja. Das tut gut. Und schon wieder morgen. Ja. So, bringen wir das mal alles in die Kisten. Ach so, ja. Ich werde einfach nochmal losflitzen. Mhm. Und auch noch ein paar Muscheln sammeln. Okay. Oder brauchst du die gerade, die du hast? Nee, nee. Deswegen mache ich die ja in die Kiste rein. Dann könnte ich die auch direkt an mich nehmen. Da kann ich noch so ein paar Steine herstellen. Wo ist sie denn? Ich habe sie noch nicht. Also, dann mache ich sie hier hinten rein. Ähm. Muscheln. Super. Ich wollte allgemein noch alles sortieren hier. Ja, das dauer ich jetzt erst. Also, dieses GOO-Zeug auch? Oder Gott? Gott zeug. Das habe ich, glaube ich, noch in der Tasche, ja. Gut. Das brauche ich jetzt ja auch noch, glaube ich. So. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich brauche. Ich muss wahrscheinlich gleich wieder zum Inventar oder zu den Kisten laufen. Moment mal, war das nicht in der anderen Kiste schon drin? Ja, Tatsache. Ja, so, dann crafte ich mal noch ein paar Blöcke. So, mehr kriege ich nicht hin. Ah, 32 immerhin. Ja. Zwei Muscheln sind noch übrig. Irgendwann werde ich da draußen gleich mal schon ein bisschen schon... ...irgendwie versuchen. Nee, falsche Kiste. Ich muss hier echt mal ein bisschen mehr wegmachen aus meinem Inventar. Es ist echt zu viel. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kisten wahrscheinlich und... ...wir müssen sehen, dass wir unsere neue Waffen mal wieder herstellen oder Rüstung. Ich weiß es nicht. Es ist... Man weiß ja gar nicht, was alle da ist. Hm. Was ist das hier? Das ist Rot. Das ist Holz. Nee, das ist Stein. So. Was ist das hier? Mein Stillstone. 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 Ist aber auch schwer. Oh, Schmutz. Stillstone. Der stille Stein. So, Thomalin habe ich auch noch hier. Haben wir irgendwo Thomalin drin? Ich habe keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Das habe ich doch auch noch hier. Genau. Zack, weg damit. Ich habe hier mal diese Restblöcke, wenn man zu viel gemacht hat von dem, was man so hergestellt hat. Ja, die haben wir immer noch in der Tasche, ne? Und dann... Pack das jetzt hier auch in diese... Oh Gott, die ist ja schon fast voll. Warte mal, da muss ich mal ein bisschen umsortieren hier. Ähm. Ich muss jetzt auch gerade mal so ein bisschen halbwegs, so ein bisschen Ordnung hier rein gehen, dass man nicht jedes Mal... Ja. ...wann was aufgesammelt hat, losrennen muss. So, okay. Dann packe ich hier, nehme ich jetzt diese Reststeine hin. Jetzt habe ich wieder... 27 von... Nein, 26 von 40 belegt. Das geht erstmal wieder. Ich fühle mich auch gleich viel... ...viel befreiter. Ach, Moment, ich habe die Muschel noch in der Tasche. Ich dachte, ich hätte die abgelegt. So, Holz. Äh... Ne, doch, doch, ist ja Holz. Hier ist halt nur kein Platz mehr, warte mal. Holz und... Alles Holz! Ne, das hier ist doch kein Holz, das kommt weg. Raus da! Ich brauche Platz für mein Kram. Ja. Das da... So. So. Gut. Wasser kommt hier rein. Dann habe ich noch eine... Brauche ich denn jetzt diese Steine hier? Blume. Und eine Leiter. So. Und dieses komische Shredded... ...und die Thretched Wall. Was ist das denn hier? Navannengras? Ja. Da hatte ich mal diese... Äh... Da hatte man, glaube ich, diese Samen rausgewonnen. Diese Weizensamen kamen da teilweise, glaube ich. Mhm. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das das jetzt war. Pack das mal in die Müllkiste. Ja, ja. In die Müllkiste. So. Hier sind Chips. Okay. Ähm. So. Dann werde ich jetzt... Chips? Ja, wir haben noch so eine Chips-Kiste. Ach so. Chips. Chips. Nicht Chips. Chips. Ach so. So. Dann werde ich manchmal weiter um meine Diamanten kümmern, die ich vor ein, zwei Folgen mal reingepackt habe. Und da wollte ich nämlich Diamant Slap und Rot machen. Diamanten. Ah. Ach, man erschreckt sich immer, wenn man zu dicht an die Fackel kommt, weil das so knistert dann. Irgendwann so, was war das? Weiß nicht, wie viel der vor allem rauchen, aber dafür machen wir acht Stück immer und davon sind es ja nur zwei Stück. Okay. So, das arbeitet jetzt eine Weile. Mhm. Okay. Das heißt, ich brauche wieder anderes zu tun. Guck mal beim... Oh! Aha! Ich brauche eine an. Wir machen auch. Keramikwoll. So sieht das aus. Ja. Schön. Interessant. Wir müssten hier drin, glaube ich, entweder die Wand rausbrechen. Ja, hab ich mir gedacht, dass wir einfach so eine Tür reinmachen oder so. So eine Tür. Können wir ja mal gucken. Naja, oder eine Doppelwand, weil... und Doppeltüren. Weil wenn wir jetzt hier das so lassen, ist das natürlich ungleich. Aber wenn wir jetzt eine Keramikwand hier hinbauen, dann ist innen drin natürlich hässlich. Ja. Naja, mal gucken. Ja. Ich guck mal einfach mal, was unser Beet so macht und was die Tiere so machen. B wächst... Ja, da müsste ich auch gleich mal hin, genau. Genau. Das Beet wächst fröhlich vor sich hin. Sehr gut. So, da siehst du da glitzern. Ja, vier Steine habe ich noch, dann ist... Oh, upsala. Ist das auch erledigt erstmal? Das Hühnchen glitzert. Äh... Ja, dann... Was gibt's denn? Ich hoffe, es gibt Eier. Wieso habe ich Kohle in meinem Inventar? Habe ich bestimmt gefunden. So, ich habe da hier eine Tür eingesammelt gehabt, dann setze ich die einmal wieder rein, dann ist sie aus dem Inventar draußen. Und mal duschen. Ah, das sieht auch süß aus. Hier lasse ich es erst... Nein, ich baue hier erstmal kurz einfach so Steine hin. Na, der Rest fehlt gerade. So. Na, los. Gib her dein Zeug. Wieder. Her mit dem Krempel. So, wie sieht's bei euch aus, Jungs? Alles gut? Ah, du hast natürlich Hunger. Ja. Ah, der macht natürlich diese ollen... Voll witzig, der sah gerade auch voll schmutzig aus. Ja, ich muss mal gerade so eine Melone aus der Kiste ziehen. Weil am besten ist ja immer, wenn die dann das Essen kriegen... Ja. ...die haben wollen, dann... ...kriegen wir wahrscheinlich auch bessere Sachen daraus. Ich werde mal so ein bisschen den Baum hier abholzen. Wie stört der mich? Ah, falsche Kiste. Und was stört muss weg. Oh. Ah. Ich bin ja gespannt, wann unsere Bäume mal wachsen. Ah, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Wir müssen... Ja, mal sehen, dass wir irgendwie... ...so Dünger kriegen. Dann geht das auch alles ein bisschen schneller. Diese Geräusche hier immer, wenn man an diesem Tier gehege ist, ey. Ehrlich. So, der will so ne... Dings essen. Da. Huch. Oh, jetzt will der auch plötzlich essen. Mann. Ah, du willst ein Sandwich. Das kann ich dir natürlich geben. Halte nur am Essen hier. Hm. Hm. So, so ein bisschen weg. Was ist mit dir los? Was, was, was? Ach, der will auch was. Eine Minute. Ich habe jetzt natürlich den Zaun in der Tasche. Hau dich jetzt ein. So. Nur so. So, das letzte Sandwich für dich. Dann habe ich mein Inventar frei. Oh, ein paar Pilzchen. So. Hallo. Ich bin jetzt hin. Was mache ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich... Nee, eigentlich... Nee, ich bleibe da. Ich gehe jetzt nicht irgendwo hin. Ich gehe wieder zurück. Oh, was? Voll unentschlossen. Ja. Schlimm. Wie war das denn mit dem Hühnchen? Hat das irgendwie... Nee, das hat... Oh Gott. Oh Gott. Wir hätten gucken sollen, was... Hier gibt es voll viele Keepers zurzeit, ne? Das ist hier nur am Leuchten und Blinken. Aber wo ist es? Gute Frage. Ich sehe es nicht. Ach, falsche Kiste. So. Nee, ich sehe es nicht. Weiteren will ich jetzt nicht. So. Dann... Ich gehe auch wieder rein. Aber was läuft denn hier alles? Ah, Diamant. Damit wollte ich irgendwas machen. Ich weiß noch nicht mehr was. Aber es fällt mir gleich schon wieder ein. Da. Ich guck mal nach. So man das normal brauchte ich. Ach ja, genau. Ich glaube hierfür. Diese neuen Premium Rezepte. Wollte ich einfach mal irgendwas machen. Sieht irgendwie ganz nett aus. Weißt du was? Dann mache ich das auch einfach mal. Ich habe ja diese... Können wir mal gucken, ob wir die Pixie-Statue irgendwo hinstellen. Mhm. Ob das irgendwie so geht. Ich weiß es nicht. Man hat das ja im Inventar die ganze Zeit. Ja. Ah, da brauchen wir auch dieses... Gott... Zeug. Vielleicht einfach hier oben drauf? Ich weiß ja nicht wie groß das wird. Wo bist du denn? Hier. Äh, also... Hier ist gut. Hä? Ja, also wenn du aus der Tür gehst rechts auf dem Hügel. Okay. Ich kämpfe natürlich erstmal wieder mit der Tür. Ich bin mal noch für automatische Türen. Das wäre wirklich besser bei dir. Huch. So, was würdest du hier machen? Diese Pixie-Statue einfach mal drauf stellen. Ach so, ach ja. Na klar. Könnte ja sein... Also ich weiß ja nicht wie groß das jetzt ist, das Ding. Oder wie man das platziert. Ich habe keine Ahnung. So. Oh, da hinten ist ein Miro. Ach so, wenn man das anklickt... Okay. Das braucht 2374 Blöcke. Mhm. Auf jeden Fall zeigt dir das an. Das kannst du platzieren und dann muss man immer... Okay, ich probiere es mal. Vielleicht kommst du ein Stück zur Seite. Okay, es ist... ...ins Inventory geendet worden. Ähm, ich ziehe das jetzt mal hier rein. Oh! Was war das denn? Oh, Moment. Ich sammle das erstmal nur ein. Das ist viel zu groß. Was ist das denn? Ich habe nur so einen Block gesehen. Ja, und da kommt das blaue Licht. Das ist alles viel zu groß. Um Gottes Willen. Ja, das ist riesig, ja. Wo stellen wir das denn hin? Ich denke da oben drauf. Wo du jetzt stehst. Ja, aber das hat... Das war viel länger hier. Das ging hier noch viel weiter. Dann wird das nachher wahrscheinlich unseren Garten so ein bisschen. Ach so, noch größer. Ich seh das ja nicht. Vielleicht ebenen war das noch ein bisschen. Ja, oder hier unten einfach hin, so. Ja, aber da ist ja der Baum, ne? Was? Wo ist ein Baum? Auch da. Ja. Aber hier so in die Mulde oder so? Ja, hier so rein. Ja, mach mal. Ich seh's ja nicht. Ich probier... Ich... Ich stell's einfach mal kurz hier hin. Ah, jetzt hab ich's kurz gesehen. Aber nur ganz kurz. Boah. Boah. Aber dann schwebt das doch in der Luft, oder? Ja, das ist riesengroß. Das kann man hier gar nicht vors Haus stellen. Das ist riesig. Das... Dann komm mal mit. Lass uns das doch da drüben hinstellen. Lass uns das doch hier irgendwo hinstellen. Boah. Kann man das vom Weiten immer ein bisschen sehen. Wie schitz. Genau, das... Aber da müsste man echt hier den Boden erstmal richtig frei machen, glaub ich. Aber ist besser, als wenn's direkt vorm Haus steht und dann da irgendwie... Ja, das stimmt. Das nimmt dann ganz schön die Sicht. Ja. Und wenn wir irgendwas anbauen oder so, dann haben wir dafür keinen Platz mehr. Das ist auch blöd. Ja, man weiß ja nicht, ob man das Ding wieder abbauen kann. Hm. Wahrscheinlich schon, aber ob du es dann wieder aufbauen kannst, ist die Frage. Ich glaube schon. Also ich glaube, dieses Rezept hat man, denke ich, die ganze Zeit, oder? Müsste man eigentlich, ne? Sonst wär's ja schwachsinnig. Also... Dann bauen wir eine ganze Welt voll mit Pixi-Statum. Ich glaube, das kannst du nur einmal benutzen. Um selbst das erstmal fertig zu kriegen, wenn das so viele Steine hat. Diese Steine musst du erstmal sammeln und umwandeln. Ja, genau. Und dann wahrscheinlich einfärben noch und so. Na. Dann haben wir schon mal ein großes Projekt hier. Mal was zu tun. Ich könnte es ja mal versuchen, wenn ich es hier vorne hin platziere. Einfach so hier gerade mal. Zum Beispiel hier. Ich stelle es mal so ein bisschen zum Wasser hin. Okay. Warum geht das denn immer in die Richtung? Wenn ich es so mache? Ist auf, ab. War ich das denn schon vom... Uah! Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich habe es so ganz kurz beim Platzieren gesehen. Es war aber so schnell, dass ich das nicht sehen konnte und weil ich auch drin stand. Ich sehe es überhaupt nicht, ne. Kannst du das? Gar nicht? Das ist riesengroß. Interactive. Ich guck mal, ob ich damit interagieren kann. Ah, ich sehe jetzt auf jeden Fall die Sachen, die wir brauchen. Materials. Ach. Oh. Show negative space? Was heißt das? Was? Weiß ich nicht. Da sind rechts unten. Show negative space? Ja, wahrscheinlich. Also der Platz, den es braucht. Hast du da Pfeile drin? Ja. Okay. Soll ich es mal aktivieren? Das ist Track Materials. Wahrscheinlich wird das automatisch eingefügt, aber ich weiß es nicht. Soll ich mal aktivieren? Stone Chess brauchen wir dafür. Boah. Was wollen die denn da alles haben? Asphalt? Asphalt können wir doch noch gar nicht machen. Alter, das sind ja krasse Sachen. Na gut. Das ist auf jeden Fall wirklich groß. Ich weiß nicht. Ich will das sehen. Hier hinten geht das auch noch weiter. Ich will das auch sehen. Nein. Da müsste man echt den ganzen Boden hier für weg machen. Echt den ganzen Boden? Ansonsten steht das da oben in der Luft, oder was? Vielleicht geht das ja automatisch weg. Weiß es ja nicht. Wollen wir es versuchen? Lass uns mal irgendwas sammeln, was wir schon haben. Ich drück mal da drauf auf aktivieren. Vielleicht siehst du es dann ja auch. Ich weiß es nicht. Jetzt sehe ich einen Rahmen. So einen blauen Rahmen sehe ich dann. Und hier sind ein paar Steine drin. Ja, okay. Wenn ich auf deactivate mache. Ah, jetzt sehe ich es. Ach so. Aha. Das ist riesig, ne? Boah. Was? Ja, da haben wir was zu tun. Ja, lass es doch einfach so. Wir probieren das einfach aus. Ja, okay. Von hier hinten ist, glaube ich, der Eingang. Wo? Wenn man das so sieht. Das sieht aus, als wäre hier der Eingang. Bist du denn schon wieder? Ich sehe dich gar nicht. Hier hinten. Da. Ich glaube, hier ist der Eingang. Oje, das Blöde ist das hier genau. Ach. Wenn ich nichts sehe. Hier ist mein, mein, mein weißer Bildschirm. Okay. Hier links. Na gut, ich habe es zumindest platziert. Frag mich nämlich, ob ich hier runterfalle, wenn ich da hingehe. Ach, guck mal. Wenn ich die anklicke, sehe ich sie wieder. Ha. Mach das jetzt einfach mal. Und ich, und ich habe hier noch so ein Rezept. Weißt du, dieses, ähm. Oh, jetzt sitzt sie wieder weg. Scheiße. Könnte das andere ja auch noch irgendwo hinsetzen. Ich weiß aber nicht, wie groß das ist. Das ist einfach nur so ein kleines Teil. Das kann man ans Haus setzen, glaube ich. Okay. Aber das mit der Statue, das sollte man echt mal ausprobieren. Ja, ich, lassen wir das jetzt da stehen? Ja, wollen wir es so stehen lassen? Ja. Ich guck einfach mal, was wir da jetzt brauchen. Wir brauchen Cool Torch. Ja, ich guck auch mal vom Haus aus. Ich meine, solange wir noch nichts reingesetzt haben, kann man es ja immer noch abbauen. Ja. Stack Stonewall. Guck mal. Stone haben wir ja übelst viel. Da kann man ja schon mal gucken, wie man Stack Stonewall macht. Ja, ich, äh, gehe gerade mal ins Haus. Mhm. Und gucke einfach mal oben aus dem Fenster. Okay. Wenn wir aus dem Fenster gucken. Ja, wenn wir uns so seitlich stellen, hat man da ganz guten Blick drauf. Uh, die Babykrabbe, die leuchtet. Ich bin ja da, ich bin ja da. So, Stone. Ah, da gibt es Seashells, Pebble Pebble und Korall. Also man muss denen wirklich immer am besten die Sachen geben, die sie haben wollen. Da kriegen wir die guten Sachen. Mhm. Mhm. Sehr schön. Jetzt gehe ich mal gleich nach, ups, so nach oben. Und gucke mal da aus dem Fenster. Ob sich das so halbwegs gut macht da. Ja, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, das sieht man richtig gut. Das, ja doch, das passt da ganz gut, finde ich. Ja, dann lassen wir das doch da. Ich kümmer mich jetzt. Ich finde irgendwie, diese Pixie sollte andersrum sein. Wenn du das mit dem Gesicht zum Eingang guckst, so ist das ja andersrum. Aber... Echt? War das nicht so lang, dass es zu uns guckt? Doch, es guckt ja so. Aber die... Ich finde, diese Statue müsste andersrum stehen, weißt du? Weil vorne der Eingang ist ja, dass das Gesicht vorne ist. Oder ich sehe es einfach nur falsch rum. Hä? Na, von hier aus? Wir sehen doch... Wenn du jetzt hier guckst du den... Nein, 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 nein. Moment, Moment. Ach, du bist da unten? Nee, ich verstehe es nicht. Wo guckst du denn gerade durch? Na, wenn ich jetzt ins Fenster gucke. Du siehst ja hinter dem Pixie. Und wir haben ja vorne das Gesicht. Och. Echt? Ja, hier vorne ist das Gesicht. Da hinten ist der Eingang. Dahinter ist der Eingang. Okay. Aber so sehen wir doch... Aber dann würden wir den Arsch sehen von dem Pixie. Ja, eben. Ich würde es aber nur gut finden, wenn das andersrum wäre, weißt du? Also da können wir nichts dran machen, wenn ich das Pixie zum Eingang gucken würde. Ja. Dann könnte man das Ganze umdrehen. Aber so finde ich schon ganz gut. Ja, ach, lassen wir das mal so. Ja, ja, finde ich auch. Also... Also ich werde jetzt schon mal dieses Stonewall machen. Wir brauchen. Stillstone. Wie? Nein, wir brauchen... Aber wie heißt das? Ah! Ah! Hier... Moment. Wo ist denn mein Inventar schon wieder? Ich komme ja wieder gar nicht klar hier. Hier. Stacked... Nee. Stacked Stonewall. Das brauchen wir für das Pixie. Okay. Boah, jetzt ist natürlich noch ein bisschen hier dieses Diamond. Ich mach das mal. Ich cancel das mal. So. Aber ein bisschen kann ich ja trotzdem schon. Stacked Stonewall. Klaft, 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 klaft. Boah, Alter! Wie viel brauchen wir? 300 oder so? Ja, wenn du die über hast. Ich mach die gerade. 304 hab ich jetzt mal gemacht. Guck mal. Ich guck mal nochmal. Huch, es ist schon dunkel. Mach die Tür zu! Was? Meinte mich. Mach noch schnell die Tür zu. So. Es ist schon dunkel. Es ist schon dunkel. So, ich flitz ganz kurz hin. Ich hab irgendwas in der 300er. So. Wie viel brauchen wir jetzt mal genau? Ach, oh Gott. Wir brauchen 800. Alter Schalter. 800. Irgendwas in der 800er. Boah, das geht doch. Kann man ja mal machen. Ja. Wir haben jetzt mal schnell reingeflitzt. Und dann guck ich mal gleich auf die Uhr. Was die Uhr so sagt. So. Lass mich rein. Für zu. Hallo. Jetzt. Hallo. So, dann gucken wir mal auf die Uhr. Ja, ich denke so langsam. Damit es nicht wieder so lang wird. Ja. Lala. Lalalala. Lalalala. Mach ich jetzt das Richtige? Ja, ich hatte doch schon viel mehr. Ach, ich gucke mal. Falsch. Ich bin so doof. Ach so, das kann man so schwer sehen. Ich hatte irgendwas mit 300. Jetzt habe ich nochmal 200. Oh Gott. Ah, guck mal. Wenn man dieses... Okay, dann kann ich eh nicht machen. Dieses Chissard... Chissard Gizzard macht. Dann kriegt man so... Questionable Jerky. Ist das irgendwie Schinken oder sowas? Keine Ahnung. Aber das haben wir in unserer Diamantkiste schon drin, sowas. Ich habe aber keine Ahnung, wozu das gut ist. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, wir beenden die Folge jetzt. Dann können wir nämlich gleich nochmal gucken, wie wir an... An... Ja. Wie sage ich es jetzt, dass der sich komisch anhört? Wie wir an Eier kommen. Haha. Also an... Ja, an vielleicht Hühnchen oder wer auch immer das droppt. Mh. Müssen wir mal schauen. Ja. Ja. Ja, ich habe hier die Wand schon mal eingeschlagen, kurz. Juuu. Ja. Ich hoffe nur, dass hier hinten keine Monster drin ist worden. Dann wäre es ein bisschen schlecht. Nee. Ich denke nicht. Ist bisher nicht passiert, also warum sollte das jetzt passieren? Weil uns immer eigenartige Dinge passieren. Haha. Gut, ja. Ja. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und... Wir hoffen euch hat die Folge gefallen. Und die anderen auch. Ja, lasst uns doch einen netten Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Oder beide Daumen nach oben, wenn das möglich ist. Haha. Ja. Vielleicht... Ja, genau. Wie ihr mögt auch ein Abo und so. Und dann sehen wir uns... Ja, in der nächsten Folge wieder. Richtig. Tschüssi. Haha. Bis dann.